Die Freiwillige Feuerwehr Tribunen stellt sich vor. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Freiwillige Feuerwehr Tribunen Sie Brände, helfen bei Unfällen, beugen Gefahren vor und bieten technische Hilfeleistungen an. Aus- und Weiterbildung sind nur zwei von vielen wichtigen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr in Tribunen kümmert sich sehr um die Ausbildung junger Feuerwehrleute. So werden regelmäßig Übungen und Wettkämpfe organisiert. Musik 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 Richtig öffnen. Okay, tschüss und rück. Hallo, ich sehe jemanden. Hallo, ich sehe jemanden. Hallo. Denkst du leider auf den Kopf? Nein, leider. Soll ich ihn mit dir helfen? Hast du es laut? Hast du den Moment? Ja. Soll ich es noch nehmen? Tuch, Paul. Paul ist da richtig aufgerichtet. Wow. Habt ihr da Person davon? Ja. Hier vorne ist er gepackst. Gut, dann wartet mal kurz noch mal. Die kleinen und großen genießen zusammen eine starke Kameradschaft über die Grenzen der Generationen hinaus. Wenn Sie mehr wissen wollen, kontaktieren Sie die Freiwillige Feuerwehr Tribin. Schauen Sie auf www.feuerwehr-tribin.de Gäste. 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 Untertitelung des ZDF, 2020